servus miteinander und hello my friends zu american truck on tour meine freunde folge 3 jetzt endlich und es freut mich dass dieses format sehr gut bei den leuten ankommt auch wenn ich mir mehr aktivität wünschen würde in richtung kommentare was die themen angeht in diese videos von mir gebe aber trotzdem dankeschön dass es an die leute die denen das gefällt ja ich habe mir schon erlaubt einen auftrag auszusuchen wir transportieren drei kenworth lkw nach lk oder eko keiner mehr das ausspricht und ja ich würde mal sagen wir fahren los bin gespannt ob man lkw das packt die lkw ist dazu ziehen ich hoffe ihr hattet alle bis jetzt eine schöne woche und zeit gut dadurch gekommen zu der hälfte schon weil wir haben ja bestimmt mit sicherheit einen schön wunderschönen mittwoch gerade weil ich habe ich habe mir gedacht dass ich okay das war ein bisschen zu viel wogen ja ich glaube ich kann ruhig diese lämpchen anhaben das hat auch so witzig aus wie ich die lkw hinter mir erfahre war man kann ja schon sagen dass das ein schwertransport ist und dass meine lämpchen auch zur not an sein müssen so ebenfalls wir sind wieder hier unterwegs und ich habe gute laune es ist ein wie gesagt wunderschöner mittwoch für euch jedenfalls für mich ist das ein wunderschöner sonntag weil ich nehme diese folge an einem sonntag auf weil warum nehme ich das am sonntag auf und nicht warum am mittwoch so wie es raus kommen sollte das video einfach aus dem grund dass ich kein zeitdruck habe und ich sehr gerne ich bin so ein typischer youtuber der sehr gerne vor produziert früher war ich sehr extrem was das angeht ich habe da locker wenn ich jetzt gut wenn ich jetzt so wollen würde wie früher hätte ich wahrscheinlich jetzt schon fünf folgen amerikan und tour aufgenommen bevor produziert damit ich nichts nichts mehr machen müsste paar wochen dann von skyrim hätte ich locker wahrscheinlich zehn folgen schon vor produziert und stardio werde auch so um den dreh und so weiter und so fort und ihr wisst ja kein wolf fort warum war das war so schlecht na jedenfalls wie gesagt ich würde mir mehr aktivität in richtung kommentare wünschen was dem themen angeht in diesem video diesem format so was wie schaut mal onkel die fährt tuff 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 ich meine ist zwar schön und lustig aber mehr zu diskussionen über die themen das wäre mir lieber sogar würde mich sogar noch mehr freuen so was was bei mir am momentan aktuell im hause liegt oder im postfach ist auf gut deutsch was mir momentan ziemlich auf die nerven geht was fernseher angeht also fernseh schauen habe ich nichts dagegen das nervt mich nicht aber was mir momentan ziemlich auf die nerven geht ist diese sind diese werbungen wo romis ein was verklicken wollen dass das gut ist beispiel diese kreditsversicherungswerbung mit boris becker ich kann mir durchaus vorstellen dass man in der korona zeit als prominenter so ein bisschen so schwierigkeiten hat irgendwie an wie sagt man ja flüssig zu bleiben aber ich bin ich bin was ich sehe das immer so so wie in einer vage wieso sollte ich einen prominent glauben dass diese versicherung für mich für mich gut ist wenn er doch im hintergrund oder kann keiner mehr was dagegen sagen dafür bezahlt wird so begeistert damit zu machen ich meine jeder kennt zum beispiel auch die ganz alte die ganz 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 alte werbung milchschnitt der werbung mit den klitschko brüdern klar so eine kleines küchlein bei waffeln kannst du nicht dazu sagen dass du waffeln sind ein bisschen fester und bissfester und so nicht so weich so ein kleiner kuchen mit zahne drin soll ja gut schmecken ja früher auch ab und zu mal wirklich mal milchschnitte gegessen aber nicht wegen den klitschko brüdern sondern weil ich das wieso für mich entdeckt hatte ich bin wieso so ein kleines schleckermäuchern aber ich kann mir gut vorstellen dass es da auch leute gibt die jetzt zum beispiel sagen nee dass das mir zu süß ist jetzt nicht so mein geschmack ich stehe mehr auf pick up oder oreo 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 ist zum beispiel ein keks mit mit einer sonne dazwischen ach echt sagt ihr wahrscheinlich ich meine vergleicht mal oreo mit milchschnitte was wir zum beispiel den keks angeht und dieses diese 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 flache kuchen platten hier voneinander gelegt sind bei der milchschnitte was ist wohl härter vom härter grad sagen wir mal so ja ebenfalls sagen wir so ich traue keiner werbung mehr wo ein promi mir verklickern will dass dieses produkt gut ist weil ich ganz genau hinter kopf weiß der wird dafür bezahlt zu sagen dass das gut ist was ich ganz ehrlich im fernseher vermisse sind werbungen für videospiele also ich habe ganze zeit wo ich jetzt mit meinen eltern fernseher schaue relativ extrem wenig werbung für videospiele gesehen und wenn dann nur immer für dasselbe spiel was es wahrscheinlich schon jahrhunderte schon gibt weiß ich weiß nicht wie es genau heißt ich glaube ich sie ist got game empire oder sowas in der richtung und ganz ehrlich diese werbung mit diesen steinzeilen wo am ab die erste werbungsart von got game empire wurde sie diese steinzeit menschen siehst wo so eine einzelne hütte steht auf einmal kommt da flugsaurier angeflogen und schmeißt so eine kiste ab die zwei gehen kommen raus schauen sich die kiste an der mann schmeißt einen stein hinter sich wo aus der kiste geholt hat von mir entsteht da ein haus und so später ist es natürlich zukunftshaus sprich stadt also so sein fall statt zu einer zukunftsstadt mit fliegenden autos also diese werbung gibt es schon ewig ich kann mir gut aus vorstellen für leute die extremst auf strategie spiele stehen bedient für die wird das spiel wahrscheinlich saumäßig gut sein aber es gibt auch glaube ich das ist so geschmackssache es gibt kann bessere strategie spiele geben es kann weniger bessere strategie spiele geben das ist mir glaube ich unterschiedlich ebenfalls die werbung gibt es schon ewig und ich habe schon ganz ehrlich wo ich fernseh geschaut habe noch als generierung schwund habe ich zum beispiel noch werbung mitbekommen für bioshock 1 was ich übrigens auch let's plate habe eine schleichwerbung und mir selber ist wirklich ein gutes game keine frage oder ich habe noch werbung gesehen für jetzt muss überlegen zum beispiel für crash bernie card für den es gab für den zweiten teil kann ich mich noch erinnern oder was war noch dabei skyrim skyrim zum beispiel habe ich noch mitbekommen oder für super mario galaxy glaube ich habe ich auch noch die werbung fernseher mitbekommen und diese werbungen sind so gut wie aus dem fernseher verschwunden da kann man sich jetzt wahrscheinlich sagen das könnte jetzt mehrere gründe haben entweder sehen die entwickler nicht mehr ein für ihre videospiele im fernseher werbung zu machen weil die jugendlichen also beziehungsweise die leute die gerne zocken wieso nicht mehr wirklich fernseher schauen wollen wegen grund b grund a weil leute mehr youtube videos schauen und twitch streams schauen und so weiter oder sie sagen zum beispiel das würde sich finanziell nicht mehr lohnen werbung zu machen im fernseher obwohl jetzt in der corona zeit sehr viele leute wahrscheinlich an der klotze hängen ja ich weiß nicht wie eure mann dazu ist wenn ihr die äußert in den kommentaren weiß ich sie leicht wenn ihr sie nicht äußert kann ich mir nur erahnen ich hoffe mal da kommt eine tankstelle oder so er da in der stadt brim kommt eine tankstelle da die müssen wir nehmen was ich zum beispiel sehr gerne früher geschaut habe im fernseher das war auf den sender d max das war american shopper dann gab es noch so abspalt so abzweigung von solchen serien wo verschiedene motorrad firmen einen wettstreit gemacht haben wir das beste motorrad baut oder monster garage habe ich früher angeschaut gerne da habt gott ich jesse james irgendwie heißt jesse james war das jesse james er hat jedenfalls einen komischen namen und der typ hat sich halt eben auch das verschiedene mechanikern zusammengesucht und haben dann ein verrücktes auto projekt gemacht oder was war noch dabei overholen oder wird ausspricht da haben sie sich eine familie aussucht wo sie waren haben ja der der und der sohn hat vom oder tochter hat vom vater ein auto geschenkt bekommen oder vererbt bekommen dann haben sie dir ein bisschen auf dem arm genommen und haben das auto schnell mal ausgeliehen sag ich mal und haben weit zu erfahren was er so gerne beruflich macht so hobbymäßig macht was seine lieblingsfarbe ist und so weiter da haben sie das auto halt eben aufgemobzt in der richtung oder was ich auch noch gerne mal angeschaut habe früher war oder das bausbau kommando ich habe sehr viele sehr viel fernseher geschaut oder serien wie alle unter einem dach was ich gerne über schauen würde was ich aber nicht kann weil meine leute meine eltern diese ist es ja hier nicht mögen ist big band für die oder wie es heißt alf hammer sehr gerne angeschaut alle unter einem dach bill cosby zum beispiel haben auch gerne geschaut die serie der prinz von bel air wo er hat so dank paar sender das wieder dies dieses diese serien wieder bringen was ich wo ich sehr dankbar bin weil man vermisste schon einiges serien ganz arg was ich zum beispiel total gemein finde von den cartoon sendern jetzt muss jetzt nicht irgendein spezielles sender sein aber was ich gemein finde ist diese verkindlichung von meinen alten lieblingsserien die band 10 oder team titans oder inspektor gadget oder die ducktales oder so und wenn man sich die heutigen folgen also staffeln anschaut und denen denkt man sich what the fuck is wrong with you warum sieht band 10 noch jünger aus der band noch jünger aus und warum schaut ist inspektor gadget noch dümmer als er schon der originalserie war oder warum sehen die ducktales also tick trick und tragt onkel donald onkel dagobert goofy so bescheuert aus meine ok sie sollen ja lustig auch schon eine ente enden unten und oder was er darstellen soll der druck oder der gufie aber in der jetzigen version muss ich ganz ehrlich sagen au weia das wirst du keinem kind antun ganz ehrlich also wenn ich jetzt ein kind hätte würde ich dem kind sagen du schaute lieber die original die originalserien an als diesen jetzigen rotz oder was ich auch etwas fragwürdig finde ist was wie viele wie viele serien auf einmal 3d animiert sind beispiel die gar viel show die kalimero auf einmal in 3d was noch inspektor gadget zum beispiel auch in 3d animiert wo ich mir sage bei gewissen serien wird sich lohnen bei anderen serien jetzt eher weniger also inspektor gadget schon mal nicht bei kalimero würde ich auch sagen ja geht grad so noch darf jetzt schon auf jeden fall nicht aber was mich am meisten stört ist dieses verkindlichen von gewissen serien ich meine wer sich an die team titans ändert wo die raven die ich weiß nicht ob ihr team titans kennt ralph die super sexy gothic superheldin und der der roboter der gott ich habe den nicht mehr im kopf hier heißt was dieser dieser mann der halb mensch halb roboter ist wie man auch in den anderen marvel filmen sieht und so weiter die schigo der robin und noch dieser bis boy genau bis boy und wenn du jetzt die team titans anschaust ich weiß die figure die serie sollte man sowieso nicht wirklich für voll nehmen also aber was die an kramassen schneiden können und es so das sicht verzehren und weiß es ich alles ganz ehrlich da denke ich mir schon warum 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 wenn ich superhelden an superhelden denke und sehen möchte da möchte ich superhelden sehen und keine witzfiguren ganz ehrlich weil für mich sind die team titans in der dieser version einfach nur witzfiguren wartet mal bin ich jetzt an der tankstelle vorbeigefahren ja ich bin an der tankstelle vorbeigefahren das sieht jetzt keiner von euch und wir brauchen die tankstellen die tankstelle da jetzt das ist jetzt einfach nur mal ausnahmsweise dass ich das so mache oh gott hoffe ich komme mir da das so angenehm durch ich hatte gerade auch wieder ein deja vu so jetzt vorsichtig erstmal tanken also was heißt hier die schon will in dem sinne wenn ich jetzt american fox mannete stream würde und ich würde mit euch quatschen also mit den leuten auch im chat dann kann das mal passieren dass ich einfach irgendwo weiter fahr und die tankstelle heißt halt wirklich also herz 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 okay jetzt ich bleib mal so jetzt schauen wir mal dass wir ganz vorsichtig mit den lkw durch fahren ebenfalls ich finde es ein bisschen gemein von den ein bisschen gemein und ein bisschen lasch von den zeichnern der figuren dass sie ihre figuren so vergewaltigen lassen entschuldigung wenn ich das wort das wort für gewaltigung mit rein nehme aber das ist eine vergewaltigung von einer guten serie für jugendliche und für kinder da kann man mir sagen was man will das ist einfach nur scheiße entschuldigung weil zum beispiel ich kann mir durchaus vorstellen wo die 3d animation noch passen würde oder also sagen wir so nicht zu schlimm wäre das wäre zum beispiel wenn sie die serie gargoyz wiederbeleben würden und das sind 3d animation das wäre noch völlig in ordnung aber ich hoffe mal nicht dass sie auf die schnapps idee kommen die gargoyz zu verkindlichen was wir zum beispiel als serie noch eingebracht haben das habe ich noch in kopf gibt es ja edfix und seine freunde glaube ich hieß die serie oder es gibt jedenfalls eine 3d animation serie wo die hunde also die tiere in der asterix und obelix zeit also in der in den zeitalter wo die das wo das spielt sprechen können haben wir so ja für kinder ist das eigentlich wunderbar so süße kleine und große hunde die sprechen können die sich gegen die römer behaupten und so weiter aber ja ich sage mal so dass wir mal zum schluss von diesem thema kommen ich würde mal sagen dass es die leute vom fernseher sprich auch die landesmedien anstalten und wenn sie sich alles wer dazu verfahren verantwortlich ist für die serien und so weiter der fanden sich nicht wundern warum die heutige jugend und so weiter mehr youtube und twitch schauen wenn sie so einen so komische serien bringen sagen wir mal so oder die serien so verunstalten wie gesagt ich bin davon überzeugt dass es noch eine menge leute gibt die gerne fernseher schauen aber ich glaube sie würden mehr leute anlocken wieder fernseher zu schauen wenn sie die serien zu lassen wie sie sind im original zustand also ich bin sogar dafür dass diese jetzige penten variante die im fernseher kommt rausgeschmissen wird wieder aus dem aus dem programm und die original penten wieder rein kommt und da der ein zeichner findet sich findet der hat auch die zeichnung damit noch macht und da weitere neue folgen gibt und staffen gibt von penten wie gesagt die diese zeichnetze zum beispiel wo der band noch jünger ist und kindlicher ausschaut und die quen und so gibt es wenn und ich ein kind kinder hätte ich würde dem das verbieten die serie zu gucken weil das einfach nur verblödung ist genauso wie wenn ich meinen kindern auch verbieten würde teletubbies zu schauen da werden sich jetzt manche sagen ja was hast du dagegen teletubbies das ist doch perfekt für kinder nein das ist verblödung wenn ich kinder hätte dürfe der fernseher schauen wenn sie acht wenn schon zwischen acht und zehn jahre sind vielleicht sogar noch ein bisschen älter so 14 oder so was aber schwierig ist weil du kannst ja nicht einfach fernseher ausmachen wenn ein kind im wohnzimmer kommt und so ich glaube auch kaum dass es schlau wäre den kind zu verbieten ins wohnzimmer zu kommen das ist glaube ich auch schwierig ihr wisst was ich meine was ich damit sagen will ich will was jetzt momentan an kinder serien rankommt im fernseher die ich gesehen habe das möchte ich meinen kind nicht antun das wäre zu extrem ich würde auch sagen wir so ich würde auch versuchen mein kind sich fürs lesen zu begeistern weil es gibt jetzt ich will jetzt nicht alle über einen kamm scheren aber was ich so mitbekommen habe es gibt viele leute die mögen lesen überhaupt nicht weil sie ja alles wurde das digitale verwöhnt sind ich meine wenn du dich über irgendein spiel informieren willst oder recherchieren willst und da wirst du ja auch da guckst ja auch nicht nur ein youtube video oder so sondern schaust du auch auf irgendeine seite eine wikipedia seite oder sowas ähnliches informierst dich auch über irgendein spiel oder wenn du auf wikipedia bist gibt es ja auch nicht sowas wie audioaufnahmen wo du dann abspielen kannst wo dir dann das eine stimme das vorliest oder so wo ich mir vorstellen kann dass es dafür irgendeine app geben wird also ich würde würde versuchen mein kind das lesen sich fürs lesen zu begeistern müssen jetzt keine mickey mouse comics sein oder so obwohl da hätte ich auch nichts dagegen wenn es mickey mouse comics wären oder donald duck oder was ist ich oder marvel oder was es auch alles so angibt an comics sagen wir so ich würde ich hätte ich würde auch versuchen dass sie fett also hätte sich romane krimis oder irgendwas dass sich dass sie sich dafür auch begeistern weil ich habe ja auch mobile dick gelesen ich habe die schatzinsel gelesen ich habe ein zwei bücher von sherlock holmes gelesen oder dr jackal mr hyde frankensteins monster ja das sind jetzt mehr so amerikanische romane ich weiß ich habe zum beispiel auch gerne erdogan gelesen oder bulgara die zauberin oder herr der ringe also ggr tolkin gesagt wahrscheinlich ist die hälfte von der von euch zuschauen langweilig ja das sind wahrscheinlich die leute die zu faul zum lesen sind oder das andere buch geschmackt haben aber das sind halt eben die bücher die ich gelesen habe da gibt es bessere bücher wahrscheinlich so bessere romane das waren jetzt nur von mir nur paar beispiele ja und ich weiß wir sind schon bei 32 minuten aber ich habe euch ja gesagt wenn ich eine tour fahre dann fahre ich eine tour durch und nehme ich die komplett mit auf und ich muss ja sagen ist auch herrlich spielt wenn wahrscheinlich auch wahrscheinlich so paar leute vermutlich weise denken da ist ja nichts los auf den straßen wo sind andere spiele und so ja für die leute die jetzt gerade erst in der minute rein geschaltet haben beim video oder erst wieder ein bisschen verdrängt haben weil das schon so lange das video ist ich spiele halt auf den simulation server und das sind halt nur so gefühlt ja drei leute an wenn ich jetzt hier stehe ich bin die nummer 0 kann auch sein dass ich der einzige bin jetzt noch der darauf hier fährt kann auch sein aber ich wollte jetzt nicht unbedingt auf den us-simulation server weil da wären zwar 110 leute online aber ja ich weiß nicht warum ich das nicht will ich kann euch jetzt nicht genau sagen warum ich jetzt sage nö ich habe keine lust auf den server zu gehen vielleicht ist das noch so mein innerlicher schweinehund der angst hat dass es da wieder so chaoten gibt die einen umfahren wollen oder nicht fahren können ich sage euch das jetzt einfach so bei der vierten folge werde ich definitiv auf den server gehen wo es die meisten spieler gibt ja aber ihr habt schon recht hier ist echt tote hose auf den straßen von amerika gerade in europa wäre es genauso fällenweise weil wie gesagt der eurotruck simulator 2 der ist beliebter bei den engländer als bei also bei den englischsprachigen leuten als der american truck simulator aber da kann ich jetzt leider nichts dran ändern erstmal ich hatte ja schon irgendwie gehofft weil ich habe immer so gerüchteweise gehört dass die entwickler mit den gedanken spielen mpc verkehr reinzubringen in den online modus ich meine es wäre machbar definitiv man müsste halt eben einfach es nicht so übertreiben mit den mpc verkehr so dass man mal ein stau entsteht und so weiter oder dass man eine unfasszene gibt wo du sagst ja das musst du den umfahren mit um die umfallstelle also deswegen sind ein paar autos ein paar motorräder n pc lkws rumfahren wie im einzelspieler modus wäre das halt schon super ich meine ich könnte auch in einzelspieler modus mal gehen und mit verkehr mit npc verkehr fahren genau machen wir das einfach mal so ich mache euch das jetzt im vorschlag wer wer dafür will dafür ist dass ich mal im einzelspieler modus fahr damit ein bisschen lieber leben auf den straßen ist der schreibt bitte einfach mal in den kommentaren hashtag auto hashtag auto nicht hashtag lkw sondern hashtag auto und wenn ich dann sehe okay die leute wollen dass ich mal mehr leben auf den straßen bringe dann fahre ich auch meinen einzelspieler modus aber wenn ich merke dass überhaupt keine reaktion auf dieses hashtag kommt oder keine hashtags überhaupt kommen dann werde ich weiterhin hier im online modus fahren werde ich auf dem simulations überfahren wird schauen dass ich vielleicht mal auf den simulations überfahre wo mehr leute mehr spieler sind okay jetzt kommt hier irgendwo ein zug und ich kann noch ein bisschen vorfahren da kommt der zug schaut mal da hinten wenn er überhaupt kommt nicht dass der jetzt einfach mal da hinten feststeckt weil das sieht halt aus als würde sich überhaupt nicht bewegen der zug oder das sieht doch so aus als würde der zug sich jetzt überhaupt nicht bewegen ja was ist denn nun hätte es ist der zug auf immer verschwunden ach und jetzt kommt er jetzt ist er weggeploppt jetzt kommt er angefahren alles klar der zug jetzt ist einmal noch mal überlegt hat das ist das ist Also das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Leute da bei dieser Hashtags auch immer sich aktiv zeigen würden. Aber wie gesagt, bedenkt, wenn wir, wenn ich jetzt im Einzelspielermodus bin, dann wäre, wie gesagt, mehr los auf den Straßen hier. Ich hätte auch völlig nichts dagegen, beim Einzelspielermodus mal zu fahren. Aber nur, wenn ihr wollt. Weil, wie gesagt, keine Reaktion kommt. Ich weiß, ich nerv damit jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen. Ist mir auch scheißegal. Wenn ich keine Aktivität habe mit diesem Hashtag Auto, dann bleibe ich im Online-Modus und fahre halt wieder weiter so rum. Quatsch mit euch. Und da werden wahrscheinlich mal mehr, mal weniger Spieler dabei sein. Also zu sehen sein. Ich meine, wir haben jetzt auch hier gerade überhaupt keine Spieler mehr gesehen. Und ich bin, ich weiß nicht, ob, ich bin hier die Null. Das heißt, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der hier drauf spielt, gerade auf dem Server. Kann ich nicht sagen. Dann gibt es nirgendwo eine Online-Liste, wo du auf den Knopfdruck was sehen kannst, wer da ist und wer nicht. Leider. Ja, das, das, das Lustige ist. Was heißt hier Lustige? Das Interessante ist, wenn ich, erst mal, wenn ich ATS spiele, also ich sage jetzt einfach mal nur die Abkürzung. Ihr könnt euch ja vorstellen. ATS, American Truck Simulator und ETS 2 ist Eurotruck Simulator 2. Erst mal, wenn ich diese beiden Spiele spiele. Und ich fahre da so vor mich hin. Ich quatsche ein bisschen. Äh, ich, äh, da kann man mich immer wieder erwischen, dass ich, äh, einen Gena loslasse. Nicht, weil ich, äh, nicht weil in dem negativen Sinne, dass ich sage, ja, boah, ist das langweilig. Sondern ich entspanne mega. Es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel Schlafprobleme oder sowas. Und die hören sich zum Beispiel wirklich, ähm, LKW-Sounds an. Oder Auto-Sounds. Oder, was bei mir auch ziemlich gut hilft, wenn ich, äh, Einschlafprobleme habe. Das sind, äh, Regensounds. Also, ich habe da wirklich mal, wenn ich mal wirklich so Schlafprobleme habe, dann lasse ich den PC an. Äh, stecke, äh, das so um, dass er, dass ich das, äh, auf Boxen höre. Oder, mach den, mach den Sound so laut, dass ich das auch bei, äh, bei den Kopfhörern höre, wenn die irgendwo da auf dem PC liegen. Und dann schlafe ich dabei ein. Mit Regensound. Oder Meeresrauschen. Und für mich ist zum Beispiel hier das LKW-Geräusch, egal ob es jetzt ein amerikanischer LKW ist oder ein europäischer, also ein, 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 ein deutscher kann es jetzt nicht sagen. Jedenfalls, wenn ich diese Sounds höre, ich entspanne mega. Weil viele haben schon im Stream gesagt, ja, äh, 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 dein Gehirn sagt dir gerade, langweilig, 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 obwohl es gar nicht ist. Es ist halt, äh, da ich auf Simulation fahre, ist es mich so jetzt ein bisschen für mich motivierender aufzupassen, wenn andere Spieler kämmerten. Weil, ich kann nicht die einfach durchfahren wie auf dem Arcade-Server. Aber sagen wir so, das Gehen wäre, das ist jetzt Vorführeffekt, weil ich das ganze Zeit sage. Aber wenn ich jetzt auf dem Arcade-Server wäre, würde ich wahrscheinlich nach so einer längeren Fahrt, äh, definitiv anfangen zu gehen. Weil ich mega entspannt bin, mega relaxed bin. Ich bin sowieso ein Typ, den man nicht so schnell, der nicht so schnell aus der Haut fahren kann, äh, tut. Ich sage ja mal so, jetzt können wir ja noch zu dem kleinen Thema kommen. Ähm, Thema aus der Haut fahren und so weiter. Wenn ich, ich habe das jetzt schon sehr oft gepredigt. Äh, und euch auch erzählt und bestimmten Leuten erzählt und so weiter. Ich bin ein Typ, Mensch, mit dem man reden kann. Und wenn man zum Beispiel ein Problem mit mir hat. Zum Beispiel, wenn man, äh, was in einem Video aufgeschnappt hat. Und, äh, die Worte, die ich in diesem Video, äh, gewählt habe. Weil einer, 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 bei einer Person oder bei anderen Filmpersonen ein bisschen sauer aufstoßt. Und diese Leute können mit mir in Kontakt reden, in Discord, in TeamSpeak, äh, und so weiter. Sag ich immer, wenn ihr ein Problem habt oder irgendwas an mir nicht passt oder was ich gesagt oder getan habe. Kann man immer mit mir reden und mit mir das wie erwachsene Leute klären. Wenn man natürlich, äh, jetzt so bockt, äh, sagt man so, also auf Stur macht. Und, äh, zickig wird und so weiter und sagt, nö, mit dir möchte ich nicht mehr reden. Du hast gesagt, meine Schuhe schauen scheiße aus. Das ist jetzt das kleines Beispiel. Nö, mit dir möchte ich nicht drüber reden. Nein, ich will mit dir nicht mehr reden. Nein, nö, tschö, nö. Und wie zum Beispiel so ein kleines Kind am Quengeln ist und so weiter. Dann denke ich mir persönlich, ja, schade, wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden. Aber hey, wenn du mit mir wegen sowas, mit so einer kleinen Lappalie nicht drüber quatschen willst, wie ein erwachsener Mensch. Okay, akzeptiere ich. Dann lasse ich dich in Ruhe. Und dann, ja, lasse ich dich erstmal, äh, lasse ich dich mal in Ruhe, dass du dich wieder beruhigst. Vielleicht kann man ja damit ja dann nochmal darüber reden. Aber wenn ich merke, mit dem kann man denn überhaupt nicht mehr reden. Und der wird, der, der hat jetzt wegen dieser ganz kleinen Lappalie mit mir den Kontakt abgebrochen oder ähnliches. Da denke ich mir, ja, okay. Okay, dann ist das halt so, dann ist zwar schade, aber dann wünsche ich dir, sag ich, wünsche ich so, äh, sag ich so gedanklich, weil die, die, die Person hört es und will es wieso nicht mehr hören, denke ich mal dann. Ja, okay, dann habt noch ein schönes Leben, erfolgreiches Leben, ein ruhiges Leben. Äh, viel Spaß mit dem, was du noch vorhast und machst und tust und so weiter. Und dann gehe ich halt meinen, geht der, die Person ihren Weg und ich gehe meinen Weg weiter. Aber wie gesagt, ich sag's jetzt nochmal, ich wiederhole es nochmal und betone es. Wenn jemand von euch ein Problem mit mir hat, weil ich irgendetwas in einem Video oder im Discord oder im Stream gesagt habe, habe, egal was, und ihr, äh, seid deswegen sauer, verärgert, böse auf mich, dann tretet gefälligst mir, mir, mir gegenüber auf, oder tretet mir gegenüber und sprecht mit mir, lasst uns das Ganze klären, wie erwachsene Leute. Und nicht einfach bockig werden oder stur werden oder wie eine beleidige Leberwurst werden und nichts darüber, nicht darüber sprechen und nicht das Ganze klären. Weil, ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, ich versuche das, äh, äh, oft diese Person dann anzusprechen und sag, komm, lass uns doch darüber reden, kann man doch bestimmt klären, sei doch nicht so. Aber wenn ich merke, wenn da überhaupt nichts geht, dann sag ich auf gut Deutsch, dann seid ihr selber schuld. Weil ich bin ein höflicher Mensch, ich bin ein anständiger Mensch. Ich versuche, Probleme zu lösen, aus der Welt zu schaffen. Aber wenn Leute es nicht mal, sich nicht mal die Mühe machen wollen, das zu klären, sondern wie ein kleines Kind auf beleidige Leberwurst spielen, dann seid ihr selber schuld. Wenn diese, äh, wenn es Personen dabei sind, die mich deswegen mit irgendeiner Sache nicht mehr mögen. Gut. Ist völlig legitim, ist eure Sache. Man muss mich nicht mögen, man muss mich nicht gern haben. Ist völlig legitim, also völlig in Ordnung. Ich mag auch nicht jeden und, äh, jeden und, äh, alle, alle Personen. Aber bitte, 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 wenn ihr, wie gesagt, was habt, wo ihr, äh, wo ihr sagt, das habe ich jetzt nicht von dir gern gehört oder gesehen, Oli, dann sprecht mich auch bitte direkt darauf an, ja. So, wir sind angekommen, meine Freunde. Das ist unser Ziel. Ein Rundschapfrei gescheit, Sammler von Unternehmen. Aber jetzt vollständig, glaube ich sogar. So. Dann gehe ich nochmal hier raus, damit wir ein bisschen für die Luft sehen. Bei der LKW ist so ein bisschen an der Seite hin. So, meine Freunde. Ich weiß, das ist jetzt ein ziemlich langes Video für euch geworden. Ich, äh, empfehle ich euch das einfach etappenweise anzuschauen oder ich versuche da einen Zeitstampel ein bisschen rein zu machen. Das wird für mich sowieso jetzt eine richtige Arbeit, weil das fast ein Stundenvideo ist. Aber die Mühe mache ich mir. Und dann sage ich mal, Dankeschön fürs lange Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu lange gelangweilt oder genervt. Wenn nicht und ihr mich ein bisschen supporten wollt, lasst doch den Kanal ein Abo da. Aktiviert die süße kleine Glocke, damit ihr auch immer Bescheid bekommt, wenn ein Video rauskommt, wie das hier zum Beispiel. Und wenn ihr noch ein Stückchen weitergehen wollt mit dem Support, dann teilt durch dieses Video, dieses Let's Play, diesen Kanal auf verschiedenen Social Media Plattformen, wo ihr aber dürft, ja. Nicht irgendwo posten, wo ihr nicht dürft. Ich will nicht, dass ihr Ärger bekommt. Und dazu wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Rest Mittwoch. Euer Holi von HoliDiver231Kanal. Tschüss. Tschüss.